Mein Name ist Robert Mario Hirschmann, ein Moin Moin aus Rendsburg. Ich bin Immobilienberater bei der Sparkasse Milneutstein und nebenbei Sportwart beim Rendsburger Basis. Seit mittlerweile acht Jahren bin ich begeisterter Rennradfahrer und ich möchte euch heute auf eine Aktion der Sparkasse aufmerksam machen. 20 für 20. Worum geht es? Ganz einfach, ihr könnt euch mit und für euren Sportverein bewerben und mit viel Glück gewinnt ihr 1.000 Euro für eure Projekte. Also Leute, einfach, tut nicht weh, rein ins Internet, bewerben und mit viel Glück seid ihr mit 1.000 Euro dabei.